Ich brauch Damage, ne ich bin Assassin. Ich hab mir grad dazu entschlossen. Bilder Entschluss. Mawwik Shmiona? Ok. Schmawwik Shmi Shmi... Shmona? Tiefseebewohner? Ich glaub ich fahr ins Koma. Ich hab voll viel Damage bekommen, fällt mir grad auf. Tiefseebewohner? Ich glaub, wer fällt mir nicht ein. Ich glaub wir haben im Early noch ein Thema. Ja, ich glaub unsere Kombo wird exponentiell stärker, sobald wir beide unsere ultimative Fähigkeit aktivieren können. Vermutlich, ne? Weißt du was geil wär, wenn du vielleicht noch Critten auf Abilities bekommst? Ne, wäre Ultrashit. Achso. Ich hätte lieber Double Ult. Ja, ok, aber das kriegt man nie. Äh, mich erstmal liebt sich Ability Power. Ah, ich hab nur Shit, aber ich roll nicht bei Silber. Ich hab jetzt 300 Leben mehr. Ey, Team Moschelko hab ich noch nie gesehen. Ich bin blind. Ich bin blind. Arm? Miss. Was? Wo ist da eigentlich mein Ball? Blöds. Ah, wo man einfach nicht angezeigt. Alles gut. Die rund ist keine Pflanzen mehr Tito. Honk. Du gehst auf den Aktion drauf und ich bin auf Kzaban. Ok. Aber drückst du trotzdem R? Ich will erstmal gucken, wie du ohne mich klarkommst. Meinst du, ich krieg die Runde noch vanish? Das wäre auch nützlich. Ja, sonst nehm ich vanish. Ja, das ging natürlich auch. Da würde ich erstmal sagen, das hat ganz gut funktioniert. Ja, das ist mit Tommy auch sehr OP. Oh no. Er ist im Casante Mode. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so doll. Ich glaube, Paul, können wir auch noch one-hitten. Okay. Hm, reicht noch nicht ganz. Okay, kleiner Research. Oh, hast du wiederholt? Zwölf. Oder ich krieg's? Ja, okay. Ja, ich denke mal, das hast du im Griff. Stark. Das ist auch wieder alles Kacke. Dann hole ich mir wohl Movement Speed durch. Ähm. Ja. Ja. Er hat leider das weg... Ding... Ja, aber hat ihm halt tatsächlich gar nichts gebracht. Der erste Richtige. Irgendwann hat er mehr AP, das ist der andere. Ich weiß aber nicht, warum. Oh, da ist er. Ich glaube eh wieder. Perfekt. Du musst mit deinem One-Hit aufpassen, dass meine Ult noch durchkommt auf den Timo. Bevor du rausgeworben wirst. Okay. So krank, die Kongo. Ah ja, ich habe ja zwei ULCS mit Wokong lange nicht gespielt. So. Ja, ich glaube das ist ein bisschen Armaut brennen, ne? Kann nicht schaden. Okay, direkt rein. Ich flash über die Wand. Okay. Ich bin bereit. Das ist ja so nervig. Nein! Kleine F***kratte. Wo ist er denn? Ich habe direkt einen Klon zerstört, der da gespawnt ist. Wo ich ihn überhaupt gesehen habe. Bonk. Wie wir die überrennen, das ist ja wahnsinnig. Oh, oh, oh. Okay. Ähm. Folgendes. Love, ja? Ja. Entweder ich mache Goliath. Mit mehr Damage. Oder ich mache, dass meine Ulti auch critten kann. Ja, mach das. Das hätte ich selbst nicht dabei, wo ich das hingespielt habe. Und ich dachte, oh, ich hätte das nehmen sollen. Ich glaube, das ballert komplett. Ja. Ach, du hast das auch bekommen? Ja. Ich muss nur noch das Dings kaufen. Ich glaube nicht, dass wir das verlieren können. Was kaufen? Ich auch nicht. Vielleicht können wir diesmal ballen wollen. Mal gucken. Okay, ich düse rein. Im sause Schritt. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Er muss irgendwie durchzählt. Ja, aber nur sechs Sekunden. Nächstes Mal sonst vielleicht einfach die Leona wegbürsten. Ja, aber nächstes Mal gehst du hier, wo die waren auf der Map. Ich glaube, damit rechnen sie nicht. Ja, oder einfach die Leona wegbürsten. Hört mir das? Die ist schon tanky. Ja, ich glaube, wir können das tatsächlich. Vielleicht gibt es nochmal Gold. Das heißt, ich kann mir jetzt noch einen Prawlers holen. Oh, das ist gut. Ich hitte mal gleich den Dummy bitte nicht. Ich möchte einmal sehen, wie viel ich mit nur Ult mache. So, ich check mal kurz mein Ult Damage an dem Dummy nur. 3.400, rein da. Okay, lass sie wegkreten. Was ist gerade passiert, Mann? Stopp. Wieso hat er 1.000 AP-Geldet und ist trotzdem in seiner Ult gestorben? Ja, ich habe doch Electrocute bekommen. Ich habe 40% Krits bekommen, ich bin jetzt 100. Oh, mein Gott. Ey, das war das Schönste, was ich hier gesehen habe. Sie können nichts mehr tun, ich habe nur 150 AP und 100% Krits. Wenn du drin bist, sind sie tot. Oh. Ja, und mein Ball war weg von dir. Ich war aus der Range raus. Ja. Oh, okay, das war mein Bad. Okay, da müssen wir aufpassen. Also ich. Ja. Besonders du. Besonders ich. Warum kriegst du auf einmal keinen Schaden mehr? Ich weiß es nicht. Oh, ist das frech. Ja, der macht uns echt mal klären. Ja, gut. Okay, dann klär du. Ja, du hast gerade... Ja, mich haben leider die Wölfe getroffen, weil sie reingelaufen ist. Ja, hat sie sich gut positioniert. Ja, gut. Ja, gut. GG Teamwork. Hahahahaha. Musik. wires. Ja, gut. Musik. 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 Musik.